Reichstein Automobile setzt Maßstäbe in Berlin. Unser stets aktualisierter Bestand von mehr als 250 Fahrzeugen lässt technisch und optisch keine Wünsche offen. Was Qualität und Preisgestaltung angeht, sind wir Ihre erste Adresse für hochwertige Gebrauchtwagen. Seit über 20 Jahren spezialisiert auf Premium-Marken wie Mercedes, Porsche, BMW, Audi und VW. Eine überzeugende Auswahl Scheckheft gepflegter und geprüfter Fahrzeuge. Schenken Sie unserem bestens ausgebildeten Personal Ihr Vertrauen. Denn Reichstein Automobile zeichnet sich durch kundenorientiertes Denken und Handeln aus. Auch international haben wir uns als verlässlicher Partner etabliert. Alle Fahrzeuge, die wir Ihnen anbieten, erfüllen die höchsten Qualitätsanforderungen. Um uns mit diesem Versprechen das Vertrauen unserer Kunden zu verdienen, werden die Autos vor dem Ankauf technisch und optisch genauestens überprüft. Nach bestandenem Test erfasst unser Kundenservice alle relevanten Fahrzeuginformationen und überträgt sie sorgfältig in unseren Datenbestand. Somit können wir Ihnen jederzeit über jedes Detail Auskunft geben. Nach der Erfassung der Fahrzeuginformationen werden die Autos in unserer Waschstraße professionell gereinigt. Sämtliche Arbeiten, wie die Kontrolle der Füllstände von Betriebsmitteln, dem Austausch von Verschleißteilen und eventuell notwendige Reparaturen, werden von unseren Kfz-Mechatronikern gewissenhaft durchgeführt. Reichstein Automobile bietet Ihnen Fahrzeuge an, die bei Ihnen und Ihren Beifahrern den Eindruck eines neuwertigen Gebrauchtwagens hinterlassen. Die Fotos vom Fahrzeug, vom Motor, von Karosserie und Innenraum fertigen wir selbst an. Es werden keine Archivbilder baugleicher Modelle verwendet. So wird der aktuelle Zustand jedes Fahrzeugs im Internet mit mindestens einem Dutzend hoch aufgelöster Bilder dokumentiert. Zusätzlich sind alle notwendigen Informationen mehrsprachig vorhanden. Doch wir wissen, kein Online-Angebot kann die persönliche Beratung ersetzen. Deshalb lädt Reichstein Automobile Sie ein, sich selbst ein Bild von Ihrem Wunschfahrzeug zu machen. All Ihre Fragen werden gerne beantwortet. Unsere Mitarbeiter suchen und finden für Sie das passende Angebot aus der Vielfalt unseres aktuellen Fahrzeugkatalogs individuell auf Ihre Wünsche abgestimmt. Gerne nehmen wir Ihr Fahrzeug in Zahlung und erstellen Ihnen ein unverbindliches Finanzierungsangebot. Bei aller Perfektion und den hohen Maßstäben, die Reichstein Automobile mit seinen Produkten verbindet, bleibt Ihr Urteil entscheidend. Der persönliche Eindruck ist unverzichtbar. Denn obwohl sich das Fahrzeug in einem optisch und technisch einwandfreien Zustand befindet, gelten für ein neues Auto ähnliche Regeln wie für eine neue Garderobe. Es sollte zu Ihnen passen. Fragen Sie nach technischen Details und Besonderheiten der Ausstattung. Stellen Sie unsere Verkaufsberater auf die Probe. Denn Ihre Zufriedenheit bleibt unser höchstes Ziel. Wenn ein Modell Ihr besonderes Interesse geweckt hat, sollten Sie unser Angebot annehmen und sich bei einer Probefahrt von der hohen Qualität eines Reichstein Automobils überzeugen und das Fahrzeug auf Herz und Nieren testen. Wir sind sicher, dass Sie sich während der Probefahrt von den Vorzügen eines unserer Fahrzeuge überzeugen können. Haben Sie sich für das Auto entschieden, wird es nach dem Vertragsabschluss von einem Sachverständigen einer neutralen, objektiven und unabhängigen Prüfung unterzogen. Jedes Fahrzeug erhält vor dem Verkauf eine neue Haupt- und Abgasuntersuchung. Alle Messungen werden präzise gemäß der EU-Richtlinien durchgeführt. Zusätzlich wird ein Prüfzertifikat erstellt. Eine sorgfältige und mit professionellem Equipment durchgeführte Messung der Lackdichte stellt sicher, dass das Fahrzeug keinen Unfallschaden hatte und lediglich nachlackiert wurde. Unsere Sachverständigen lassen kein Detail außer Acht. Ob Elektrik, Motor, Getriebe, Abgasanlage, Räder oder Bremsanlage. Auch der komplette Unterboden wird einer eingehenden Überprüfung unterzogen. Von den Querlenkern, Radlagern bis zu den Stoßdämpfern. Jede Baugruppe muss die Qualitätsstandards der Sachverständigen erfüllen. Denn den Wunsch nach Perfektion teilen wir mit Ihnen, unserem Kunden. Nach dem Kauf übernimmt Reichstein Automobile alle weiteren Schritte. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie ein gewerblicher oder privater Kunde sind. Wir kümmern uns um die Formalitäten. Unkompliziert und zuverlässig. Reichstein Automobile. Das bedeutet eine beeindruckende Auswahl, die kaum Wünsche offen lässt. Abgerundet durch einen exzellenten Service und das alles zu attraktiven Preisen. Autokauf ist und bleibt Vertrauenssache. Und so wie Sie uns Kunden auf der ganzen Welt seit über 20 Jahren Ihr Vertrauen schenken. So können auch Sie Reichstein Automobile vertrauen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.